So, ganz, ganz wichtig, wir proben erst kurz, bevor wir das dann live in den Ecken, den wir schicken mal einmal mit Josef Fischer. Und auch hier das ganz, ganz Wichtige an der Aktion, wenn die Ballons bei der Probe noch nicht voran lassen, nur einfach ein Rücken. Zuerst 0, dann geht es wieder 5 weiter. Zwei Autofüdungen, drei Autofüdungen, und dann kommt vier weiter. Und fünf wenn ich's da hin. Okay, wo ist das? Du bist also mit vier dann, re Sheriff Azpin. So. A los, die, die FCV hat noch keinen Stakt des Voges, das ist jetzt tekst. Dann wirst du auch weiter sehen.